Also ich sitze hier mit Martin Wilke und Martin ist ein Berliner und ich bin auf dich aufmerksam geworden wegen den tollen Interviews bei YouTube. Da geht es ja um Sudbury Schools und das bezieht sich ja auf die Sudbury Valley School, die es seit 1968 gibt. Wie kamst du dazu, die Interviews zu machen oder sag erstmal, worum geht es eigentlich bei den Sudbury Valley Schools? Also bei Sudbury Schulen, das ist ein Konzept von demokratischen Schulen, eine bestimmte Art von demokratischen Schulen. Und zwar können die Schüler wirklich komplett selbst entscheiden, welche Dinge sie lernen, wie sie ihre Zeit verbringen an der Schule. Und sie können über sämtliche Dinge, die in der Schule stattfinden, gleichberechtigt mit den Erwachsenen mitentscheiden. Das sind eigentlich die ganz zentralen Punkte, um die es geht. Und ich kam darauf, weil ich bei der Kinderrechtsgruppe Kretze aktiv bin, schon seit 1994. Und dort sind wir aufmerksam geworden eben auf diese Sudbury Valley School, hatten dann auch mal die Idee, dort hinzufahren. Ich habe einige Sachen übersetzt. Ja, und dann bei einer Konferenz, das war die International Democratic Education Conference, die 2003 in den USA stattfand, haben dann Henning Grana und ich diese Interviews gemacht und nochmal 2004 weitere Interviews. Und das dann eben als DVD veröffentlicht und eben auch bei YouTube. Ihr habt ja, du hast mir erzählt, ihr habt einfach erstmal Videos gemacht, erstmal ohne Intention und dann nochmal später welche gemacht. Und beim zweiten Mal hattet ihr schon die Intention, quasi eine Serie von Interviews zu machen, oder? Naja, es war so. Also, es gab halt, nachdem die ersten Texte über Sudbury Schulen verfügbar waren, gab es Leute, die die Idee hatten, solche Schulen auch in Deutschland zu gründen. Und so entstand auch in Berlin eine Gründungsinitiative. Und wir sind eben auch zu dieser Konferenz gefahren 2003 und wollten einfach mehr Informationen zusammentragen, die wir eben auch selbst verbreiten können. Ja, und wir hatten nach den ersten Interviews gemerkt, dass uns noch einige Sachen fehlen. Und dann gab es halt 2004 nochmal eine Gelegenheit. Da gab es ein Treffen, ein Workshop zu Sudbury Schulen, der am Bodensee stattfand. Und da waren eben auch Vertreter verschiedener Sudbury Schulen anwesend. Es waren einige Schüler und ein Absolvent gewesen, sodass wir dann das Ganze eben noch rund machen konnten und alle wichtigen Sachen auch eben noch erfragen konnten. Und diese Interviews haben uns dann eben auch später ziemlich geholfen, das Konzept irgendwie vorzustellen und Leuten, die es wirklich genau wissen wollen, sich das anzugucken. Das ist jetzt natürlich nicht so geeignet, um es alles am Stück anzugucken, weil es drei Stunden sind, aber es eben gut sortiert sind 27 inhaltliche Kapitel. Ja. Ja, also ich finde es ganz cool. Ich finde die Interviews sehr cool, wenn man da einen schönen Einblick bekommt. Weil wenn man erstmal hört so, ah, demokratische Schulen, denkt man so, ja, ja, wie soll das denn ablaufen? Und da gibt es einfach so kleine Geschichten, die einem das irgendwie nahe bringt oder wie so ein Alltag aussehen könnte in einer demokratischen Schule. Du bist ja auch bei EUDEC und bist ja quasi auch für die Presse so zuständig und für die Verbreitung der Idee. Was ist genau das Ziel von der EUDEC? Ja, also EUDEC steht für European Democratic Education Community. Das ist halt ein europäischer Zusammenschluss von Schulen, von Gründungsinitiativen, auch von vielen Lehramtsstudenten, die eben die Idee von demokratischen Schulen bekannt machen wollen, aber eben auch Leute, die an demokratischen Schulen als Mitarbeiter oder als Eltern oder als Schüler tätig sind. Und da gibt es eben auch einen Regionalverband Deutschland und wir versuchen eben auch, das eben bekannt zu machen. Also im Prinzip, wenn ich jetzt eine Person bin, egal ob Mutter oder Schüler oder Vater oder sonst wer, der sagt so, ey, ich hätte gern so eine demokratische Schule bei mir um die Ecke, ist das dann vielleicht auch ein Anlaufpunkt für Sie, die EUDEC, um auch andere Leute oder andere Interessenten und Aktive kennenzulernen? Ja, so ein Anlaufpunkt ist es sicherlich. Das heißt nicht, dass wir sozusagen Leuten komplette Patentrezepte geben können, wie sie es hinkriegen, eine Schule zu gründen, weil das eben auch leider nicht so leicht ist in Deutschland. Also man muss ein ziemlich komplexes Genehmigungsverfahren durchlaufen, hat da viel mit Behörden zu tun, die ganz andere Vorstellungen davon haben, wie Schule funktionieren soll. Aber letztendlich hilft das eben auch, wenn man sich gegenseitig austauscht. Es gibt einige Schulen in Deutschland, zum Beispiel die Freie Schule Leipzig und die Netzwerksschule in Berlin und die Kapriole in Freiburg, was jeweils verschiedene demokratische Schulen sind, die sich eben auch austauschen untereinander und sich gegenseitig besuchen. Und das hilft eben auch schon. Und davon können eben auch Gründungsinitiativen profitieren, die erst noch versuchen, eine Schule zu gründen. Und es hilft auch einfach, Mitstreiter zu finden auf die Weise. Ja, ich denke mal, es motiviert auch einfach, wenn man Gleichgesinnte findet. Und deswegen würde ich allen Leuten empfehlen, sich auf jeden Fall die Interviews anzugucken und auch die Homepages EUDEC. Da gibt es auch eine Homepage zu, gell? Ja, es gibt EUDEC.org, also E-U-D-E-C.org. Ist bislang hauptsächlich in Englisch. Die deutsche Seite ist noch im Aufbau gerade, müsste aber jetzt in den nächsten Wochen, also im Laufe des Februar, jetzt noch, denke ich mal, auch verfügbar sein. Und ansonsten, wenn man auf demokratische-bildung.de geht zum Beispiel, dann kommt man auch auf ein Wiki von der EUDEC, wo viele Informationen verfügbar sind, ein paar Einführungstexte, Literatur, wissenschaftliche Arbeiten. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man sich da informieren kann. Ja. Ja, cool. Dann danke ich dir auf jeden Fall mal, weil ich finde es gut, wenn es einfach Informationen gibt, die einem auch zeigen, dass es möglich ist. Und es gibt genügend Beispiele in den USA und ich hoffe, dass es doch bald auch Beispiele hier in Deutschland gibt. Ja, wir arbeiten dran. Cool, danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.